So, wir jumpen in ein paar Warzone Clips rein, ich hab Bock, let's go, komm, schön zum Abregen, hab richtig, richtig Bock drauf, auf entspannt, falls ihr Videovorschläge habt, schickt sie mal rein, hab noch ein bisschen Bock zu chillen, dann geh ich aber auch gleich wieder, äh, Slow Mode kann raus, genau, dann geh ich gleich auch wieder, ähm, gleich auch wieder aufnehmen, ich will nämlich noch Videos aufnehmen, die nächste Season ist online, oh, so ein Controller-Camp ist auch schon geil, oder? Yo, lol, was ist das für ein Skin, den er ging, hä? Ah, er wurde vorm Stein geholt, Klassiker, oh, Mann, ey, mal gehen, Franzose, let's go, alter, was hat der für eine Grafik-Einstellung? Boah, das ist so komisch, wenn's nicht 120er-Field-Off-View ist, Das ist doch der, der immer sein Dings kaputt macht, seinen Tisch, oder? Ja, 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 das ist der, der immer sein Setup kaputt macht, Digga, der hat echt ein Aggressionsproblem, ja, So idiotisch, so ein Idiot, alter, Das ist so dumm, alter, beides wurden deaktiviert, mit Ellbogen, hat er echt mit Ellbogen raufgehauen? Wait, what? What the f*** are you doing? Ey, f***. Ja, läuft bei seinem Internet, alt. Oder war das ein Lag im Game? Nein, 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 nein. Oh, mein Herz! Es wird noch explodieren, oder? Oh, mein Gott, mein Herz! Yo! Good luck! Er ist tot. Das Auto sieht, wie das Auto schon kommt. Hä? Er hat sich gemerkt! Wie kaum er so dumm soll! Bro! Oh, gibt's ihm. Ach, schade. Yo! Digga! Was machen die da? Oh, geil. Oh nein, der ist schon wieder. Wenn er wieder auf seinen Tisch haut, dann glaube ich ihm das nicht. Ich kann's ihm nicht abkaufen. Du hast einfach veraimt, Bro. Nothing. Er hat nicht raufgehauen, Gott sei Dank. Oh nein. Oh nein, wie traurig. Habt ihr's gehört? Habt ihr's gehört? Wie traurig? No. Ach, er ist so traurig. Aber sein Schatten sieht aus wie eine grazile Ballerina. Sieht aus wie so ein richtig süßer Tänzer. Gottlos. Nein, er macht den Selbstmörder, aber er springt vorher raus. Komm. Was machen die da? Die fahren im Kreis. Let's go. Und der andere? Der andere springt noch raus. Einmal so Glück haben wie er. Hä? Hä? Eine Moni-Käste, Decker. Das sind die Geierfreunde. Die wollen schon beim Abspringen die ganze Moni haben. Und den ganzen Lohn. Hä? Warum killt er ihn nicht? Er lädt nicht nach, oder? Hä? Was macht der Typ? Ist der dumm? Ein Playstation-Clip. Ich weiß, es wird gottlos. Ja. Nice, Decker. Es gibt immer noch Leute, die das machen. Immer noch Leute, die das machen. Unfassbar. Wirklich. Komm, einziehen wir uns noch rein. So. Daily Warzone Moments. Wir brauchen... Hier. Vier Minuten vor einem Tag. Gib ihm, Bruder! Er trifft nicht den Heli. Er trifft nicht den Heli. Er trifft... ...den Typen. Ich dachte schon, er trifft den Heli. Oh, Scump! Scump! My boy, Scumpy! Ich liebe ihn. Was ist denn da passiert? Hä? Nein, nein! Aber das muss ein alter Clip sein, ne? Soweit ich weiß, funktioniert das nicht mehr. Ich glaube, das geht nicht mehr, oder? Er haut wieder rauf. Er haut wieder rauf. Ich weiß es. Ja. Digga, du veraimst. Wenn du... Er hat gejoked. Wenn er jetzt haut, fick ich mein Leben. Nee, er haut nicht. Gott sei Dank. Aber er veraimt so hart, Digga. Er macht den Scheibenwischer und wundert sich dann noch. Also, wenn zwei Noobs ein Gunfight haben, dann sieht es genau so aus. Nein, er wollte runter und holt ihn. Na, Digga. Seine Lobbys, einmal seine Lobbys haben. Mir sind gerade sehr viele Witze im Kopf, die herumschwirren, aber die sind alle Monka-Toss. Ich darf das nicht raus, sonst, ich bin sofort offline. Lol, einfach auf Spanisch. Ja, moin. Der andere kommt ihm hinterher. Ich sag's dir jetzt schon. Ja. Wie süß. Bitte, Hugo. Hallo. Das ist mir heute auch passiert, Leute. Ich hab's euch gezeigt. Genau das ist mir passiert. Der Heli geht einfach kaputt. Einfach so. Ich weiß, Digga. Nicht hinterher, jetzt wird er geholt. Er wird geholt. Oder? Ich bin wahrscheinlich tot. Oh, er ist in der Luft. Hä? Nein. Ja, moin, Digga. So gesweatelt. Schon wieder der. Ey, der rastet nur aus. Und jedes Mal chokt der. Er haut auf den Tisch. Ja. Doch, er haut drauf. Ja. Ja. Komm mal hin. Hat er schon Ersatztische eigentlich im Hinterzimmer? Lol. Der Streamer sieht ein bisschen aus wie Hand of Blood, ne? Findet ihr die nicht? Er wird down gehen an dem Camper. Der Camper wird ihn holen. Ich sag's jetzt schon. Ne, okay. Gut. Was war das für ein Clip? Ja, moin. Beste Quali. Ach, so ein richtiger Consolero. So ein richtiger Cash. Der hat sich Warzone von GameStop geholt, obwohl es gar nicht verfügbar ist. Offline. Und das schickt er all seinen Freunden. Das ist der Play seines Lebens. Wow, wir haben die Familie Nicolas, mein BG. Danke viel, Mann. What the fuck? Lol. Hä? Also das war Endstufe. Das war krass. Das war krass. Muss man ehrlich sagen. Vor dem Typen hab ich irgendwie Angst. Ich weiß nicht. Der ist ganz komisch. Der hat irgendwie so Psycho-Vibes ein bisschen. Don't kid yourself. You weren't all that. Direkt Bock auf Rebirth, wenn ich das sehe. Mann, Alter. Immer eine andere Facecam. Oh. Ich kenn aber den Bug, Leute. Ich kenn den Bug am Ende. Das muss ich euch sagen. Ich schwöre euch, man drückt vor dem Einschlag auf diesen Knopf. Man tut es. Man drückt vor dem Einschlag auf diesen Knopf. Aber es passiert nicht. Ich schwöre euch, das ist ein Bug. Und ihr alle kennt ihn. Und der Raging-Dude ist tatsächlich für uns in der Mauch. Ja, war geil. Geil. Schöner Abschluss. Schöner Cooldown. Wir haben heute über... Fünf Stunden gestreamt. Und wir sehen uns deshalb stabil- auch dominated Dei-Dude. Nichts schon mal database. Bis zum nächsten Mal. Alsoacıام Dom. Jetzt gem lin keepsmacbookftig. Tschüss- Jetzt schöner ich uns bei mir. Alle kennen... gi?? .. Wenn alles zusammen be развит. Ich leber plastic. Jetzt gen locks dich! Ich lass mich wohl bekannt! EP, musst duпаč!